Herzlich Willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und doch herzlich Willkommen zu täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und mal sehen, was uns diesmal der Hund auf den Teppich gemacht hat. Es geht um alle Wünsche und die Kontroverse auf OF und warum mir ihre Kinder immer mehr leid tun. Das Video werde ich so nennen und das könnt ihr bei euch anecken. Ihr könnt gerne mal unten reinschreiben und sagen, Mensch, was haltet ihr von OF? Ihr kennt Onlyfans, da kann man erotisch angehauchten oder auch heftigen Stuff von sich hochladen, mit seinem Partner, ohne oder mit Gästen. Und sowohl Männer als auch Frauen können sich dort Geld dazu verdienen. Manche sagen, Mensch, das ist doch vollkommen in Ordnung, lass sie da machen, wir leben im Jahre 2023. Und manche sagen, nee, das geht doch in Richtung Prostitution. Und was soll das jetzt hier für ein Weltbild vermitteln der Jugend, wenn man sagt, Mensch, mach einfach ein paar Bilder von dir und verdiene dir so dein Geld. Mach keine Ausbildung mehr oder was weiß ich. Wiss ich nicht. Also könnte man auch so sehen. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie ihr das seht. Vielleicht macht ihr das ja sogar selber. Ich möchte da jetzt erstmal gar keine Wertung reinbringen, aber euch fragen. Und warum gibt es jetzt eine Kontroverse? Warum könnte das in Zukunft gefährlich werden, beziehungsweise warum tun mir jetzt die Kinder leid? Das werde ich ja ausführen. Und zwar wissen vielleicht einige jetzt nicht, auf verschiedenen Portalen, Kammern, im Internet auch die Anne Wünsche Filmchen und auch, ja es gibt auch schon Filme, und auch Bilder sich mal ansehen. Und ich habe das natürlich aus Recherchezweck mich da durchgequält, ja, das war furchtbar eine Quatsch. Also sie ist ja jetzt keine unattraktive Frau, ja, sie hat drei Kinder bekommen, da kann man jetzt auch sagen, okay, sie hat jetzt Kinder. Warum macht man das jetzt, ja, die sind so klein, die eine ist schon, glaube ich, dritte, vierte Klasse, das ist dann auch sehr unangenehm, da komme ich auch später zu. Ich möchte jetzt erstmal hier sagen, okay, möchte man jetzt als Mutter, als Frau oder auch als Mann sowas von sich lesen, ich blende es hier mal ein, man muss ja schon fast aufpassen, ja. Und da würde ich sagen, boah, wenn ich jetzt der Sohn von Anne Wünsche wäre, vierte Klasse, und mir sagen dann meine Kumpels, ja, deine Mutti macht aber schöne Bilder, ja, also wäre mir lieber, sie wäre jetzt bei Instagram geblieben. Wie gesagt, nun gut, dass auch schon vorher von ihr Bilder existiert haben und das jetzt auch nicht furchtbar ist, sich zu zeigen oder auch gar Hardcore-Filme von sich zu trennen, jeder muss das für sich selber wissen, aber wenn man Kinder hat, finde ich, sollte man auch ein bisschen an die Kinder denken und nicht nur an sich, ja. Und die Kinder sind jetzt die größte, schon schulfähigen Alter, ich glaube, die Kleine kommt jetzt langsam nach und wie gesagt, irgendwann wird es dazu kommen, dass es Jungs oder auch blöde Mitschüler gibt, die sagen, Mensch, der Mutti, was hat die denn da auf OF? Und mittlerweile geht es schon so weit, es gab eine Grenze von ihr anscheinend, sie hat immer ihr Höschen angelassen, ja, sonst hat sie sich wirklich komplett gezeigt, was ich euch vorstellen kann, sie hat jetzt nicht agiert mit einem Partner, ja, um euch jetzt zu umreißen, YouTube-freundlich, sie hat sich aber gezeigt, ja, es gibt auch Zeitschriften, die sind sehr renommiert, die machen ähnliche Bilder, da sagt auch niemand was, ja, finde ich jetzt auch als Mann nicht ultra tragisch, ja, aber. Und wie gesagt, wenn man jetzt ein bisschen weiterdenkt, könnte man schon Probleme sehen. Jetzt geht es aber auch so weit, dass diese Bilder sich besorgt werden und ominöse Leute Bilder anscheinend in den Umlauf bringen, die sehr echt aussehen, aber vielleicht nicht echt sind. Vielleicht, ich stelle jetzt ein Fragezeichen hinter, ich halte das jetzt aber bei den neuesten Sachen, die so aufgetaucht sind, für durchaus möglich, denn da war sie komplett ohne Höschen, sie hat es zwar schon so angedeutet und auch sich schon mal, ja, berührt, aber es ist noch nicht so weit gegangen, dass das komplett weg war. Und jetzt geht es jetzt in die Richtung, dass Anne Wünsche, ja, ja, sowas anscheinend nicht gemacht hat, aber es gibt jetzt Leute, ja, ich will sie jetzt ein bisschen schützen, ja, es gibt Leute, die haben jetzt das Setz mit Photoshop so bearbeitet, dass man sagen kann, okay, mein lieber Gesangsverein, was geht denn da los, ja, hallo Kitty, ja. Und da kann man dann sagen, ihr könnt es euch denken, schwierig, was kann jetzt in Zukunft noch passieren, ja, mit ihren Bildern, ja, was passiert da in Zukunft noch, ja, schwierig. Und ich sage nur das Stichwort Deepfakes, ja, bevor wir aber zu den Deepfakes kommen, möchte ich mal kurz hier einwerfen, was wahrscheinlich passiert ist. Ich halte diese Methode oder diese Sache auch für sehr, sehr wahrscheinlich. Es wird sich jemand, ähm, diese Bilder oder ein Bild besorgt haben, jetzt als Beispiel, und ist mit Photoshop begabt und retuschiert das dann so, dass das dann vielleicht schlimmer aussieht, als es war, ne. Ja, und dann wird mit Originalbildern gearbeitet und es dann so lange angepasst, bis es dann ordentlich, äh, ja, passt. Und, äh, ja, das gibt's von allen Hollywoodstars, ob die sich jetzt gezeigt haben, schon mal ein bisschen erotischer oder nicht, ja, das muss man anscheinend mit einer gewissen Reichweite heutzutage leider mitleben. Man muss sogar so weit gehen, dass es in Zukunft auch problematisch sein kann, aufgrund der Deepfakes und der Technik, die immer ausgereifter wird, dass man auf, äh, den ein oder anderen Heimatfilm, Schmuddelfilm, ähm, die Gesichter von der Anne Wünsche rauf photoshoppen kann und dass das dann natürlich auch viral geht. Das kannst du allerdings auch mit jedem machen, ne. Das könnte in Zukunft noch für ernste Probleme sorgen, im Übrigen. Und es geht jetzt auch schon so weit, dass auch in den Nachrichten und Leute so auf Deepfakes reinfallen, da gibt's auch Videos schon zu, wo dann, ähm, ja, das alles sehr ähnlich aussieht, ja. Es gibt auch ein, ähm, Video von Donald Trump, der spricht dann über die Dönerpreise vermeintlich und das sieht wirklich unfassbar echt und lustig aus, ja. Ich hab auch gelacht, aber es ist, äh, könnte man jetzt auch denken, das sei alles echt, ja. Also, wie gesagt, ähm, vielleicht, wenn ich das finde, blende ich das hier noch mit ein und, ähm, mach jetzt einen Cut und zeig euch das. Wenn nicht, dann mach ich den Cut und das Video geht weiter, weil ich das nicht mehr finden sollte. Jetzt habt ihr den Clip gesehen, ja oder nein, ich bin sehr gespannt, ob ich den noch finden konnte, aber ansonsten möchte ich jetzt zu den Kindern kommen. Die Kinder tun mir leid und ich möchte auch ausführen, warum. Wie gesagt, ich hab das Szenario schon so ein bisschen umrissen und gesagt, Mensch, ähm, die Älteste ist im schulfähigen Alter, dritte, vierte, vielleicht auch irgendwann fünfte, sechste, siebte Klasse, geht ja alles so seinen Weg und irgendwann wird es wahrscheinlich dazu kommen. Und Berlin ist ein hartes Pflaster, der Jargon auf der Straße, ja, dann kann es dann schon mal sein, dass dann vielleicht irgendein Junge oder auch ein Mädchen sagt, Mensch, deine Mutti macht aber tolle Bilder und Videos. Vielleicht geht es ja auch dann bei Anne Wünsche noch weiter. Und klar, darf Anne Wünsche über ihren Körper entscheiden und darf machen, was sie will, wenn sie Spaß dran hat. Damit Geld verdient, alles tippitoppi, ja. Aber wenn man dann Kinder hat, die das dann ausbaden müssen, finde ich das dann schon ein bisschen schwierig, ja. Und Anne Wünsche geht nicht mehr zur Schule, die weiß selber, wie das dort abgeht. Und, ähm, ich halte das nicht für sonderlich clever, wenn man kleine Kinder hat, solch einen Content von sich hochzuladen. Also ich finde das sogar sehr, sehr unangenehm und schon fast traurig, wie weit das mittlerweile geht, ja. Also man muss ganz klar hier auch mal eine Grenze aufzeigen und sagen, okay, hier und da mag das ja dann vielleicht, wie gesagt, es gibt auch Erotikdarsteller und Co., die sagen dann, sie möchten auch Familie gründen. Und auch Schauspieler zeigen sich in einigen Szenen ähnlich wie sie. Und es gibt dutzende Zeitschriften, wo auch Familienmütter sich zeigen. Das ist, wie gesagt, jeder soll das so für sich entscheiden, ja. Aber ob das dann für die Kinder so toll ist, wage ich zu bezweifeln. Und ich hätte mich in Grund und Boden geschämt, wenn meine Mutter solche Dinge dort hochgeladen hätte. Und, ähm, und welche Kumpels mich dann ansprechen, ja, guck mal, was deine Mutti hier macht. Also das ist ja so schön hart auf der Schule, da muss man sich einige Sprüche anhören. Aber wenn das dann in so eine Richtung geht, na schön, Dank auch. Klar kann man auch tough sein als Kind und sagen, ja, findest du die anscheinend ziemlich geil und den dann zurückdissen. Aber ob man dann schon so schlagfertig ist in dem Alter, ähm, wage ich zu bezweifeln. Und ob das so schön ist, dann auch über die Mama da so Sprüche zu lesen, wie hier eingeblendet. Das war noch das harmloseste, ja. Da wurden noch ganz andere Fantasien, ähm, ja. Und ob man ja zu Pumpenpunkt-Vorlage für irgendwelche, ähm, Leute da im Internet werden möchte. Weiß ich jetzt auch nicht. Wie gesagt, man kann es nicht vermeiden, ja, gerade als Influencerin oder generell als Frau, die vielleicht mal unten ein Bild hochlädt. Aber ein bisschen ein Ausschnitt, das reicht schon für Männer aus, ja, um ja kurz vielleicht auch zu erleichtern. Ja, aber es ist dann irgendwie doch schon irgendwie ein bisschen unangenehm, wenn es dann in viel größerer Zahl in Foren und Co. sogar diskutiert wird. Ja, ich habe in diesem Forum so ein bisschen rumgelesen, da wurde mir ganz übel. Da wurden da sogar Rollenspiele miteinander besprochen. Und, ähm, es geht da wirklich nur, äh, um ihre Möppis und, äh, sonst nichts. Ja, wie geil und wie toll und, äh, ja. Könnt ihr aber ein bisschen, wenn ihr bis zum Ende geguckt habt, äh, Eiersaft mal unten reinschreiben, ne? Ja, also das ist da wirklich, also da wusste ich auch schon ein bisschen lachen, ist das eklig, oder? Oh Mann, man möchte jetzt nicht wissen, was da so abgegangen ist in, ähm, den, ähm, Zimmern dieser jeweiligen Herrschaften. Aber, oh Mann, ey, ist das, oder, also mir selbst ist das Video unangenehm. Wie soll denn das für die Kinder sein, wenn, wenn die in die Schule gehen, ja, und dort, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass das auch nicht geil ist. Ja, das soll es dann für heute gewesen sein. Und wenn euch das Thema Anne Wünsche noch mehr interessiert, schaut gerne in die Playlist, lasst gerne ein kostenloses Abo da, wenn ihr solche Videos mögt. Würde mich sehr motivieren, wenn ihr am Ball bleibt, immer mit Meinung, mit ein bisschen Satire und Humor. Aber auch sachlich, möchtet ihr niemanden verletzen. Wie gesagt, wenn ihr das jetzt selber auch macht, wie gesagt, das ist eure Entscheidung, das ist euer Körper, mir soll das Wumpe sein, ja, bevor er jetzt wieder da rumtippt, ja. Und es ist doch in Ordnung, was er macht, ihr müsst es mit euch rechtfertigen, nicht mit mir. Wie gesagt, wenn man Kinder hat, finde ich das schon ein bisschen schwierig, gerade wenn die im schulfähigen Alter sind. Bleibe ich bei Punkt und Tschaukowski.